Tristambhasana, die dreifache Säulenstellung. Vishnu Prema zeigt, wie es geht. Ausgangsposition Utthita Vajrasana, also die aufgerichtete Kniestellung. Von hier hebe die Füße und fasse mit den Händen an die Fußgelenke und balanciere auf den Knien. Wenn die Fersen am Gesäß sind und du ausreichende Stärke hast, kannst du auch die Arme locker runterhängen lassen und trotzdem die Fersen am Gesäß halten. Tristambhasana, die dreifache Säulenstellung. Die Unterschenkel sind wie eine Säule, die Arme und der ganze Körper. Ist eine sehr herausfordernde Gleichgewichtsstellung, was du spätestens dann merken würdest, wenn dein Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin dir nicht mehr den Rücken oder die Schultern stützt. Ja, viele Variationen von Asanas findest du auf yogavidya.de. Dort findest du auch Seminare und Asana-Intensiv-Workshops, wo du viele Asanas lernen kannst, vielleicht auch mit Vishnu Brema.